Jo, Freunde, willkommen. Letzter Guild war die Woche. Ginget Tri-Force? Vielleicht letzter, vielleicht auch nicht. Also, ihr seht, wir haben 11 von 11 für Tex, ne? Aber wir haben irgendwie immer noch so eine ein Ding irgendwie über, komischerweise. Ich frage mich irgendwie, ob das gerade ein Bug ist oder ob wir irgendwie einen 13. Guild machen können. I don't know. Wir fangen, glaube ich, mit Jo, wir fangen mit ihm an. Und zwar, wenn wir den rechten mirrern. Light Phoenix vs. Dark Phoenix, wenn wir machen. Okay. Clara. Wie heißt das Fima hier? Ich schwere. Ritesh und Marsha. Mal schauen. Ein Cleave mit einem Feuer-Demon. Ja, wir müssen halt... Bringt es das, wenn ich einen Shield-Gallion? Nein, aber da bringt, glaube ich, auch nichts. Ja, Tiana muss irgendwie nicht gestunt werden, ne? Das ist mal irgendwie der Plan. Wo war ich? Naja, naja, was soll's. Also Tiana sollte nicht gestunt werden. Und ja, wie gesagt, unten Kaemon, Vigo und halt Light vs. Dark Chicken. Ich habe meinem Charra gerade ein bisschen ein Upgrade gegeben, was Runen angeht. Allerdings, das sind halt die Runen, die normalerweise auf Theo sind. Ja, 59 Crit Rate ist natürlich wild, ne? Aber, ja. Das Ding ist halt, ich vermute, dass der, dass der Ludia sowieso Turn 1 kriegt. Alter, wie geht denn das Fima? Ich schwere, das ist so ein Bullshit. Aber das Lustige ist, dass die irgendwie nicht genug Damage oder so haben. Na gut. So, Brutal Power of Fire Demon. Ich weiß nicht mal, ob der Runen hat. Warum, warum verkackt Gallions so oft in letzter Zeit? Mama Times One. Flammen der Hölle. Claire sollte mal killen. Savannah Dismounten. Holy shit. Okay, Claire war nicht gekillt. Aber, mehr Dots als Rika oben hier. Okay. Prockets nicht und heilen nicht hier. Okay. Bitte landen Defense Break. Danke. Fuck. Okay. Du killst die Galleon, oder? Nein. Reduce. Oh. Feuer Demon Gewinn hier. Okay. San Vigo outspeeded. Okay, wir machen natürlich sowas. Und killen hoffentlich. Oh mein Gott, ist das deine Ernste? Wie tanky ist denn das Vieh? Nicht tanky genug. Irgendwie schade halt, ne? War irgendwie Bullshit, dass wir einen Viaproc bekommen hätten. Wer weiß, was passiert wäre. Light Phoenix hat ja... Light Phoenix wäre auch geil zum cleaven oder so. Gott, Machara macht überhaupt keinen damage. Machara ist ein Supporter. Defense Breaker und Branding Dingster Wumster. Ja. Aber... Einfach allemal, Chara größer, Illudia. Hm. Not. Na gut. Fragt nicht, was das für Teams sind. Aber, ich kann euch eins sagen, das ist die... Overpulse der Diana, die ihr jemals gesehen habt. 250 Crit Damage Diana, 100% Crit. 0 HP, 0 Speed. Aber ich hab keine Ahnung, ob man es irgendwie schafft hat. Wie viel hab... Oh Gott, das ist so nice. Ja, das kann ich nicht machen, oder? das kann ich nicht machen, Ich wette, Kei-mon won't. Kei-mon, nein. Oh Gott. Okay. Das ist grad übelst interessant. Ich weiß aber trotzdem nicht. Na gut, Kei-mon wird ja jetzt auf Lauren gehen. Hm. Ich würd sagen, auf F, na. Uuuh. Ach, verdammt jetzt. Jetzt haben wir keine Tech Bar, weil wir Tech Bar bekommen haben und halt vor Dings drankommen, aber wir schauen trotzdem mal. Times, One. Zu 1000%, dass wir diese App nach One-Shotten. Wenn nicht, schneid ich's raus. Okay, aber wir haben. Gut. Hat wie über dritten Skill gemacht? Ah, was weiß ich. Vielleicht kann man ja stunnen. Vioproppen kann man leider nicht. Ja, du Motherfucker, ey. Okay. Wir haben noch überlebt, was ja gut ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall K-Mon reducen, das Nice Defense Breaker, aber ist eh wurscht. Okay, komm. Aber wir haben schon wieder keine Tech Bar. Fuck. Sayonara, Vigor. Nein, nicht ganz. Komm, noch ein Pew. Okay. Noch ein Pew. Aber ist scheiße, hey. Rock'n Viophran. Okay, nicht meine Diana. Es geht einfach nicht. Okay, das ist unsere Chance. Okay, wir healen einfach. Nein. Bitte kill ihn nicht. Okay. Crit er wenigstens irgendwas. Mal sehen, wie viel Damage man machen. Auch wenn es ein K-Mon ist, der halt durch Feuer weniger Damage bekommt, ne. Und vielleicht Artefakte. Naja, um mit Artefakten. Ah, jetzt mal. Ich habe einen gesehen, aber was war es? 16k Crit oder so? Okay, was ist das für ein Team, hä? Holy shit, was sind das hier wirklich? Will ich? Na, will ich nicht, oder? Dann klauen sie uns wieder alles. Wow. Okay, was weiß ich. Gar nicht über den Damage, hä? Aber jetzt klauen sie uns eben nochmal alles. Oh ja! Ich schwöre, das sind auch die dümmsten. Das ist so Twins einfach. Das ist so dumm. Why you pro? Why you pro? Ich habe jetzt Bail, Leal, diese Rune gegeben. Was soll's? Hat dieser Free Rune Removal Day einfach Max Damage. So, Feuermarkey, mach mich stolz, hä? Okay, nice Clara. Da ist ja nichts passiert, da ist ja nichts passiert, ne? Okay, gehen wir auf. Warum nicht hin? Nice. Klassische Savannah Proc. Und Kemon lebt auch immer noch. Jetzt nicht mehr. naja, komm. Belonius finischt dich. Clara ist eh wurscht, hä? Clara macht gar nichts. Okay, lass umhauen. Und tschüss. Naja, war irgendwie richtig fast. Okay, so. Bitte fokust meine Demon, hä? Oh, dankeschön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, ihr könnt mich stunnen, was ihr wollt. Aber entweder, ihr könnt uns weg. Jo, jo. Jo, what the fuck, hä? Und schon wieder gestunnt, lass mal mein Leo in Ruhe. Mein Leo ist gerade in Torrent Range und wird vermutlich nie dran kommen. Na gut, ähm, nachdem Iris und Vigua Enter Crit haben, 74k Defensive Knorr. Okay. Lass Leo in Ruhe. Okay, bitte glanz nicht, hä? Times One. Mein Leo hat irgendwie so Artefakte, ähm, je weniger HP er hat, desto mehr Damage macht er. Ah! Fuck. Na gut. Dann halt immer auf ein neues, oder? Oh, da ist er, da ist er wieder. Aber er hat leider keine Skills. Wieso sei denn so mein Leo? Schau dir mal meinen Demon an, der fällt fast um und trotzdem fucking Iris. Tschüss Demon. Nein, Iris. Ich meine, okay, sie muss eh, sie muss eh Damage machen, weil Leo nicht den Torrent Range. Was ist denn das mit der Dispatch aus? Das ist so krank, hä? Jawohl, Defense Break of, Defense Break of Rina und wieder Enter. Crit. Okay. Stirb Demon. Na gut, schau's drauf. Turcum. How much? Crit. Lag. Schwabern. Ja, der, 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 der hat, der hat minus Wind Damage. 100%. Rina ist auch im Thermostun. Wie kann man denn Rina eigentlich so los sein? Wahnsinn. So, das ist der Demon wieder. Ba-boom. Ja, nochmal 74k. You're nice. Aber das war's schon wieder. Ne, gut, Freunde. Dann, ja, das war's für die Woche. Ich hoffe, es hat dich irgendwie gefallen. Na, halt ein bisschen was anderes. Es gibt ja nichts. Es ist ja, es ist ja gar nicht so leicht irgendwie, weil es steht überall auch wieder dasselbe irgendwie. Also, Mollys und Vigos und Twins sowieso überall. Und es halt, das Ding ist einfach, sie haben es übertriebenst verkackt mit dem letzten Balance Patch. Es hat sich halt einfach nichts getan, außer dass halt diese Scheiß Street Fighter Units, halt gebufft wurden, die irgendwie immer noch crappy sind oder so. Aber ja. Wäre natürlich interessant, was mit dem einen, mit dem Attack da ist. Ah, na okay, ich lasse es. Aber der da halt, ne? Der, der. Warum haben wir den noch über? Ich habe keine Ahnung, war irgendwie lustig, aber egal. Genug Leute, danke, bis zu schon. Bis zum nächsten Mal. .